Hallo und herzlich willkommen zum Mastery des Videolernzyklus zum Thema Masse und Dichte von Körpern, von Mathematik macht Freude. Am Beginn habe ich ein kleines Richtig-oder-Falsch-Quiz für euch. Macht das doch mal alleine und wenn ihr fertig seid, dann lösen wir das gemeinsam auf. Pausiere das Video. Schon fertig? Sehr gut, dann lösen wir auf. Die Masse gibt mir an, wie groß ein Körper ist. Das ist falsch. Richtig wäre gewesen, die Masse gibt mir an, wie schwer ein Körper ist. Die Einheit für die Dichte ist Liter pro Kubikmeter. Das ist falsch. Die Einheit für die Dichte wäre ja zum Beispiel sowas wie Kilogramm pro Kubikmeter oder Gramm pro Kubikzentimeter. Im Alltag sagen wir zur Masse auch Gewicht. Ja, das ist richtig. Die Einheit der Masse ist Kubikzentimeter. Das ist falsch. Die Einheit der Masse wäre richtigerweise sowas wie Kilogramm oder Gramm. Die Einheit der Dichte hat die Form Masseeinheit pro Volumeneinheit. Das ist richtig, denn die Dichte ist ja Masse pro Volumen und damit ist generell auch die Einheit der Dichte Masseeinheit pro Volumeneinheit. Wenn Mais zu Popcorn aufpoppt, ändert sich die Dichte des Maiskorns. Das ist richtig, denn das Volumen wird ja größer vom Maiskorn, die Masse bleibt gleich. Deswegen ändert sich die Dichte. Du sägst ein Stück Holz in zwei Stücke, die Dichte des Holzes ändert sich dadurch. Das ist falsch, das Holz hat immer noch die gleiche Dichte. Bei einer Schneeballschlacht presst du den Schnee zu einem Ball. Die Dichte des Schnees in deinen Händen erhöht sich dabei. Das ist richtig, der Schnee in deinen Händen hat immer noch die gleiche Masse, aber wenn du ihn zusammenpresst, hat er kleineres Volumen, deswegen höhere Dichte. Mit Kilogramm Federn hat eine geringere Masse als ein Kilogramm Eisen. Das ist falsch, das ist eine Fangfrage. Bei beiden ist ja eine Masse von ein Kilogramm gegeben. Damit haben sie die gleiche Masse. Wenn sich das Volumen eines Gegenstandes ändert und die Masse dabei gleich bleibt, dann ändert sich die Dichte. Das ist richtig. Ich möchte dir hier noch einen kleinen persönlichen Tipp geben, wie wir mit Formeln für Masse, Dichte und Volumen umgehen können. Wir müssen uns dafür eigentlich nur diesen einen Zusammenhang merken, m ist Rho mal V. Wenn wir die anderen beiden Zusammenhänge wollen, können wir diese einfach durch Umformeln herausfinden. Wenn wir durch V dividieren zum Beispiel, erhalten wir m durch V ist Rho, also die Formel für die Dichte. Wenn wir aber durch Rho dividieren, so erhalten wir die Formel m durch Rho ist V, also den Zusammenhang fürs Volumen. Das ist ein kleiner persönlicher Tipp für dich, wie du mit diesen Formeln umgehen kannst. Kommen wir zur ersten Aufgabe. Zwei Einbrecher brechen in einem Betrieb ein. Sie haben davon gehört, dass in diesem Betrieb sehr wertvolles Platin verarbeitet wird. Zu ihrer Verwunderung finden Sie aber keine kleinen Stücke, die aus Platin hergestellt wurden, sondern nur einen großen Würfel aus Platin mit einer Seitenlänge von 0,5 Metern. Die Dichte von Platin ist Ihnen bekannt. Diese beträgt 22 Gramm pro Kubikzentimeter. Das notieren wir uns gleich auf den Zettel. Nun stellen sich die Einbrecher die Frage, können wir den Würfel aus Platin unbemerkt wegtragen? Sie denken sich, na klar, der ist ja gar nicht so groß. Haben Sie recht? Versuch die Frage doch mal selbst zu beantworten und wenn du fertig bist, dann lösen wir das gemeinsam auf. Pausiere das Video. Fertig? Sehr gut. Dann rechnen wir gemeinsam. Schon fertig? Sehr gut. Dann rechnen wir gemeinsam. Aber bevor wir rechnen, müssen wir uns mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich wissen? Die Einbrecher fragen sich, ob sie diesen Würfel wegtragen können. Die Größe, die beschreibt, wie schwer ein Gegenstand ist, ist ja die Masse. Also wir wollen die Masse des Platinwürfels bestimmen. Damit fangen wir mal an, indem wir... Dann fangen wir mal damit an, dass wir das Volumen des Würfels bestimmen. Dazu rechnen wir die Seitenlänge erstmal von Meter in Zentimeter um, da die Dichte in Gramm pro Kubikzentimeter gegeben ist. Dann wissen wir, dass das Volumen des Würfels die Seitenlänge hoch 3 ist. Wir setzen die Seitenlänge in Zentimeter ein und rechnen aus. Wir erhalten ein Volumen von 125.000 Kubikzentimeter. Das notieren wir uns auch gleich auf unseren Zettel und die Rechnung, die brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir nur noch in den Zusammenhang M ist Rho mal V einsetzen, für Rho 22, für V 125.000 und wir rechnen es aus. M ist 2.750.000. Jetzt überlegen wir uns noch die Einheit. Die Dichte ist in Gramm pro Kubikzentimeter gegeben und das Volumen in Kubikzentimeter. Die Masse muss also in Gramm herauskommen. Also die Masse ist 2.057.000 Gramm, was ja das gleiche ist wie 2.057 Kilogramm oder 2,75 Tonnen. Und jetzt zum Vergleich. Ein relativ schweres Auto hat so ungefähr 2,5 Tonnen. Also das können sie niemals einfach so wegtragen. Deswegen noch der Antwortsatz. Die beiden Einbrecher können den Plattenwürfel nicht unbemerkt wegtragen, weil er 2,75 Tonnen wiegt. Viel zu schwer für sie. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Diesmal ist ein Quader gegeben und zwar mit einer Länge von 4 Zentimetern, einer Breite von 0,2 Dezimetern und einer Höhe von 0,01 Metern. Die Masse des Quaders beträgt 16 Gramm. Das notieren wir uns gleich auf unserem Notizzettel. Gesucht ist die Dichte. Versuche die Aufgabe doch mal alleine zu lösen und im Anschluss daran lösen wir es gemeinsam auf. Pausiere das Video. Fertig? Sehr gut. Dann lösen wir das gemeinsam auf. Also zuerst wollen wir mal das Volumen von dem Quader bestimmen. Dazu rechnen wir uns mal die ganzen Seitenlängen in Zentimetern um. Denn wir wollen ja die Dichte in Gramm pro Kubik Zentimeter erhalten. Die Länge ist schon in Zentimetern gegeben. Länge L ist 4 Zentimeter. Die Breite beträgt 0,2 Dezimeter. Das entspricht 2 Zentimeter. Und die Höhe ist 0,01 Meter. Das entspricht einem Zentimeter. Diese Werte setzen wir in die bekannte Formel für das Volumen eines Quaders ein. Das Volumen ist Länge mal Breite mal Höhe. Eingesetzt jeweils für die Länge 4, Breite 2 und Höhe 1 Zentimeter. Erhalten wir ein Volumen von 8. Also das Volumen beträgt 8 Kubik Zentimeter. Das notieren wir uns auch auf unseren Zettel. Diese Werte müssen wir jetzt noch in die Formel für die Dichte einsetzen. Um auf diese Formel zu kommen, verwenden wir doch die persönliche Empfehlung, die ich dir vorhin gegeben habe. M ist Rho mal V. Wir dividieren durch V. erhalten wir also den Zusammenhang M durch V ist Rho. Oder einfach umgedreht Rho ist M durch V. Bevor wir aber für die Masse einsetzen, vergewissern wir uns nochmal. Okay, die Masse ist in Gramm gegeben und wir wollen die Dichte in Gramm pro Kubik Zentimeter. Wir haben das Volumen in Kubik Zentimeter bestimmt. Wir bekommen die Dichte also als Gramm pro Kubik Zentimeter raus. Sehr gut, das passt. Wir setzen also ein für die Masse 16. Für das Volumen 8 und raus kommt eine Dichte von 2. Also als Antwortsatz, die Dichte beträgt 2 Gramm pro Kubik Zentimeter. Ihr fragt euch vielleicht, welches Material könnte das denn jetzt sein? Das könnte zum Beispiel Beton sein. Kommen wir zur krönenden letzten Aufgabe. Eine Königin bittet euch um Hilfe. Sie würde gerne wissen, ob ihre Krone tatsächlich aus purem Gold ist. Sie gibt euch dafür diese Krone und auch einen Brocken aus Gold, von dem sie ganz sicher weiß, dass der wirklich aus purem Gold ist. Sie verabschiedet sich und ihr bringt diese beiden Gegenstände erstmal in euer Labor, in dem ihr zwei Waagen habt und zwei Messgläser. Ihr legt die beiden Gegenstände erstmal auf die Waage. Für die Krone erhaltet ihr eine Masse von 100 Gramm. Für den Brocken eine Masse von 57 Gramm. Also Mk ist 100 Gramm, Masse Krone und Mb ist 57 Gramm, Masse Brocken. Diese beiden Werte notieren wir uns gleich mal auf unseren Notizzettel. Ihr nehmt die Gegenstände von der Waage und bringt sie zu den Messbechern. Diese sind beide mit 20 Kubikzentimeter gefüllt. Ihr werft die Krone in das Wasser und der Füllstand erhöht sich auf 30 Kubikzentimeter. Das gleiche macht ihr mit den Brocken und der Füllstand erhöht sich auf 23 Kubikzentimeter. Was wisst ihr nun dadurch? Naja, ihr wisst, zum Beispiel bei der Krone, der höhere Füllstand ist 30, der niedrigere 20. Die Differenz muss doch genau dem Volumen der Krone entsprechen. Deswegen brauchen wir nur rechnen, Volumen der Krone ist 30 weniger 20. Wir rechnen das aus und erhalten ein Volumen für die Krone von 10 Kubikzentimetern. Das notieren wir uns gleich. Das gleiche machen wir mit dem Brocken. Hoher Füllstand ist 23, weniger niedriger Füllstand ist 20. Wir erhalten ein Volumen für den Brocken von 3 Kubikzentimetern. Ausgehend von hier versuche ich der Königin doch mal selbst zu helfen. Im Anschluss darauf lösen wir die Aufgabe auf. Pausiere nun das Video. Fertig? Sehr gut. Dann werden wir mal sehen, ob die Krone tatsächlich aus Gold ist. Also was wollen wir wissen? Wir wollen wissen, ob die Krone tatsächlich aus purem Gold ist. Wenn sie tatsächlich aus purem Gold ist, dann müsste ja die Dichte des Brockens genau gleich groß sein wie die Dichte der Krone. Wir müssen also jeweils die Dichte der Krone und die Dichte des Brockens berechnen und miteinander vergleichen. Falls die Dichte der Krone nicht gleich der Dichte des Brockens ist, dann kann ja die Krone unmöglich aus purem Gold sein. Also beginnen wir wieder mit dem kleinen persönlichen Tipp. M ist Rho mal V. Wir wollen die Dichte. Also dividieren wir durch V und wir erhalten die Formel M durch V ist Rho. Oder umgedreht Rho ist M durch V. Jetzt werden wir separat für Krone und Brocken einmal die Formel aufstellen. Dichte der Krone ist Masse der Krone durch Volumen der Krone. Und Dichte des Brockens ist Masse des Brockens durch Volumen des Brockens. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Einsätzen und wir halten für die Dichte der Krone. Rho K ist 100, Masse der Krone, durch 10, Volumen der Krone und erhalten eine Dichte von 10. Das gleiche machen wir für den Brocken. Wir haben eine Masse von 57 und ein Volumen von 3 und erhalten eine Dichte von 19. Also fassen wir zusammen. Die Krone hat also eine Dichte von 10 Gramm pro Kubikzentimeter. Denn die Masse war in Gramm gegeben und das Volumen in Kubikzentimeter. Für den Brocken erhalten wir eine Dichte von 19 Gramm pro Kubikzentimeter. Diese Dichten sind also nicht gleich. Damit kann die Krone unmöglich aus purem Gold sein. Also lautet der Antwortsatz, die Krone ist nicht aus purem Gold. Ihr teilt der Könige neue Ergebnisse mit und sie sagt, danke für deine Hilfe. Der Kronenmacher wird seine gerechte Strafe erhalten. Ihr sollt einen großzügigen Lohn bekommen. Und ihr werdet großzügig belohnt. Sehr gut gemacht. Damit sind wir auch schon am Ende des Video-Lernzyklus angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, euch einige nützliche Informationen vermitteln. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ciao. Bis zum nächsten Mal.